Halli, hallo, hallöchen Leute und herzlich willkommen zu BattleBlockTheater. Ich und der Etit, lasst uns spielen, werden weiter spielen. Aber dazu muss erwähnt werden, dass wir uns im fünften Kapitel befinden und die erste Vorstellung gleich beginnen werden. Weil die Mutter ist schon schlafen. Und ich weiß genau wie ihr, sobald die Mama im Bett ist, kann auch mal einer über dem Doos getrunken werden. Dann sollten wir das mal tun. Frohes neues Jahr. Ich möchte euch noch mal äußerst darauf hinweisen, dass wir jetzt Y-Long gehen. Ja, wir haben jetzt echt den ersten, ersten 2015. Und meine Füße brennen. Wie lange hat der heute, Junge? Naja, jetzt ist es 2.32 Uhr. Ich muss noch mal gucken, ob meine Axt noch scharf genug für Knochen sind. Wir können auf jeden Fall gut schwimmen. Wir können auf jeden Fall gut schwimmen. Okay. Wie soll das vielleicht warten, bevor ich über diese... Mach das, du bist da. Movi's da. Genau. Ich hatte Angst. Du hattest Angst, dass du siehst. Ich wusste nicht, was du mit mir vorhast. Vielleicht wollte ich hier auch nicht warten. Nee, nee, ich kann das nicht. Du kannst das. Nee, nee, geh weiter. Du kannst das. Das wird nichts. Du musst weitergehen und dann kannst du mir links auf so eine Brücke machen. Was siehst du da? Ja, ich kann nur eine Brücke machen. Sagt er und dann... Ach so. Ah, ich lasse einfach vom Knopf runtergehen, das sind die... Ah, das sollte man uns auch erst mal erzählen. Die wäre, wenn du mir die Hand oder warte mal. Ah, pfiffig, ne? Basti weiß Bescheid. Ich auch. Ich weiß mir selbst zu helfen. Oh, ich hasse Kreisdien. Da oben ist ein Teleporter. Na los, dann, äh... Wo kommt die Knarre hier? Die Knarre? Das war hier sowas. Ein Zylinder. Komm, da oben ist ein Teleporter. Oh. Was ist denn mit dir verkehrt? Ich geh auf die Seite. Tschüss. Du hast was geiles bekommen. Oh, ne Kreissäge, Alter. Ja, du sollst du auch bekommen. Okay. Ich werde vom Kreiß segend verfolgt in diesem... Ja, gut, die Herr. Du bist auch drüben? Ja. Das finde ich schwer. Warum bin ich dann jetzt den ganzen scheiß Weg hier zurückgedackelt? Weil du dich um mich sorgst. Und den Edelstein haben wolltest. Die sind nach dem Plan zu ducken, oder? Die wollten abschießen. Er ist tot. Äh, ist da irgendwas? Nein. Okay, warte. Dann mach mir mal den Sprung. Ach, nur den Sprung meinst du? Den meint ich. Warte, mach ich den für dich. Nein, ich mach den für dich. Okay. Ich mach's dir. Ich muss mich festhalten. Das haben sie in Enterprise auch mal gesagt. Ich kann mich nur nicht mehr an diese Szene erinnern. Guck mal, da drüben sieht das aus. Jetzt kann man da hin, ne? Ja. Warum sollte man da hin? Da ist nichts. Ach, das ist bestimmt ein Geheimnis. Du, 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 du. Vielleicht solltest du das weg. Ziehen! Ja, wenn Leute wie ich dort hin kommen, man, um dann hier dich rüber zu schmeißen. Kommst du noch, bro? Wohin denn? Ja, rüber, damit ich dich rüber schmeißen kann. Am Rehbar. Das geht doch nicht. Bis ich dann langkomme. Was mir doch voll gegen die Wand. Aber da gibt's noch ein Geheimnis. Jetzt müssen wir das einfach nochmal machen. Ja, so viel haben wir noch nicht gemacht, aber außerdem ein Geheimnis. Nee, so viel haben wir auch. 5, 5, 5, 5, Gold, Digga. Digga. Was los, Digga? Das ist sehr verwirrend. Naja. Also für mein Alkoholpigel ist es sehr verwirrend. Aber die Musik ist cool. Hat Stamper alles selbst gemacht. Wer? Der Typ, der Ansage. Ja, ich hör seine Stimme. Kommst du irgendwie klar? Ja, ich will das Knäuel da oben. Du bist das schon mal beider als ich. Ich hab das Knäuel. Da oben sind noch welche. Irgendwann komm ich da oben hin. Gib mir noch eine Chance. Einmal probier's noch. Warte. Ein richtiger Versuch kommt schon. Jetzt. Das ist der Versuch. Mann! Okay, du machst das schon, Bro. Die Bucke. Oh! Oh! Was ist los? Was ist los mit dem? Oh! Ist dir das hier aufgefallen? Was denn? Ja, das habe ich gerade benutzt. Wir sind übrigens fertig. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich hätte es aber ausgefallen. Gut, was du da schon wieder praktisiert hast. Dankeschön. Wir haben die Zähne geklärt. Was? Als du Zähne gesagt hast, habe ich Zähne verschafft. Wir haben die Zähne geklärt. Ich habe doch nur neun. Der erzählt mir ein vom Pferd. Also wir haben gerade Silvester gefeiert. War ein bisschen spazieren, sind zu einer Brücke gegangen. Die Brücke war extrem cool übrigens. Das muss ja mal einer gesagt haben. Okay. Das stimmt allerdings. Da haben welche am Lagerfeuer getrockt. Also es war nicht wirklich ein Lagerfeuer, weil da kein Lager aufbaut. Okay, das ging schnell. Nein. Das hätte ja klappen können. Aber du wolltest doch wieder nach der unten gehen. Toll, jetzt habe ich dir den Scheiß drin. Weißt du das eigentlich? Dass du den Scheiß drin hast? Mal die Schicht sich wieder da oben hoch. Dankeschön. Du kannst es die ganze Nacht lang schaffe. Es tut mir leid, ich weiß, du magst diese Waffe nicht. Also die hier. Das ist ja keine Waffe. Das ist ja... Bis es mir das beste Hilfsmittel was gibt. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh, du magst das? Wir dürfen den nicht töten. Ne, Quatsch. Wir sind ja schon oben gewesen. Was wir dachten, wir müssen uns rüberschießen. Lass ihn. Das sah sehr gut aus gerade. Weil der hat übelst Knockback. Wie schön, wie du Knockback gesagt hast. Mit dem Smaschen labert. Ich habe die hier aufgemacht, falls du den konservativen willst. Der Konversative klingt besser als ich dachte. Du willst versoffener. Alter. Du wärst wieder fast versoffen gewesen. Oh. Ich wollte ihn haben. Jetzt haben wir alles. Ähm. Stell dich bitte da rauf. Stell dich da rauf, Alter. So. Los, 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 los. Ich habe eine Brücke gebaut. Die hatten nicht mal Stefan rauf. Ich wollte gerade eine Mische trinken. Das ist schade, weil nicht noch ein Bier. Hast du? Hä? Dann hast du vorhin einfach ein volles mitgenommen. Anstatt dein altes Lehr zu gehen. Das kann gut möglich sein. Du bist verrückt, Alter. So. Und jetzt die Mische hinterher. Ah. Viel gut. Na 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 na. Hallo. Na 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 na. Oh Gott. Ähm. Das macht man sich ja tun? Ich glaube ich mach alles ganz richtig. Jo, ich hätte siehst gut aus. Oh. Äh. Der boxt mich. Ich glotze nicht auf deine Brüste. Das habe ich falsch getimed. So. So. Tschüss. Ciao. Das hast du nicht vergessen, Motherfucker. Motherfucker, was? So. Darf ich sagen, dass mir das Spiel Spaß machen? Das darfst du gerne sagen. Ich mag es sehr. Wenn du das sagst. Das ist halt, dass... Die arbeiten schon am vierten Spiel, also das ist mit dem. Was war das dritte? Das ist das dritte. Was war das zweite? Das zweite war Castle Crashers. Könntest du mir da den Knopf machen? Also, dass ich hier rüberkomme. Ich mach dir voll den Knopf. Perfekt. Hm. Ah, das erste war Alien Human Eat. Home Unite. Home Unite. Home Unite. Kannst du... Können wir hier hoch das... Ich hab aber Wolkener Sockenbart. Danke. Wenn ich jetzt komm auch mit hoch. Let's... Opsi. Warte, ne, 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 nicht. Nicht, ne. Aber das ist oben schon mal leer gemacht. Hup. 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 Oh. Weil ich kann nicht rüberwerfen. Kann ich rüberwerfen. Oder ich dich. Oh, sehr gut. Da ist ein Block. Sag mal, was hat eigentlich... Dieser Block. Dort, ey. Zu sagen. Unfassbar. das große krabbeln die sind lustig aber auch bestellt sich an den äußersten rand oder ich tue die herum sind explodiert gerade ich mach dir doch hier so jetzt kunst da auf den knopf genau dann komme ich auch mit hoch da habe ich muss da stehen oder macht das okay ich komme nach du das so wird doch nicht jetzt aber ich bin auch da macht es geschafft wir haben alles vielleicht fehlt uns ein ruby aber sonst waren also wenn 66 waren es können sieben sein manchmal aber die maus ist zu sehen die maus sehr gut weiß ich nicht die sendung mit der maus gesundheit ich hab dich auch lieb hat aber hat aber das war afrikanisch aber nur laufen ja aber nicht wenn du in der mitte starten da ist ein muss die festheit der stand muss die leute an der stange halten bei der stange halten die ohne mich weiter ich bin schon da das wusste ich auch noch zwei wieso drücke ich immer nach oben nicht moment man hätte ich das eigentlich alleine machen sollte oder ja ich glaube das ist schön ich komme gar nicht mehr mit da ist der hundi okay 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 ich nur jetzt dass ich nutze ich nutze ich kann das nicht nutzen wir müssen hier dann durch hier in einer hier drauf stehen um das ding daraus zu ziehen und ich bin ich bin ich kann mal her jetzt die dinge raus holen den edelstein oder mache es so locken her ich habe ihn du mussten du musst darauf stehen bleiben bis er hier durch ist weil dann frisst er mich ein er sollte ich auch nicht ich weiß ein werden Prozent verarbeitet Prozent Ah, sehr gut, okay. Wir haben ihn eingesperrt, wie geil ist das denn? Guck ihn dir an. Wie geil ist das denn? Sehr geil. Warte, warte, ne Brücke der Vision bauen. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ah, okay, Moment. So, jetzt bist du drüben. Jetzt muss nur noch ich drüber kommen. So, das ging gut. Und das ging gut, weil ich komme. So, Ich hasse diese Stelle. Sie klappt aber überraschend gut. Okay, ich komme zu dir. Feigling. Sorry. Oh. Ähm. Oh. Danke. Bitte. So. Danke. Bitte. Du kommst hier hoch. Keine Sorge. Hat geklappt. Siehst du? Ähm. Ähm. Das war böse. Ah, ich hätte es auch nicht gesehen. Okay. Ah, ja. So. Warte. So. Ich bin 35 fest. An der Stange. Hast du die Stange gesehen? Ja. Okay. Nochmal. Ja. Okay, warte. Ne. Da kann nichts passieren. Genau. Schätze ich. Oh Gott. Das habe ich nicht gerechnet. Muss ich da hoch? Ne. Alle du das schon den Stock drauf gemacht. Gut. Oh. Werkenstocken Marsch. Okay, komm her. Weil ich komme nicht an das Ding ran. Ah, jetzt kommst du ran. Auf meinem Kopf. Wenn auf meinem Kopf steht, kommst du ran. Genau. Schrapp dir sich. Ja. Sehr gut. Das war verrückt. Verrückt. Aber sowas von geil. So wie wir beide. Oh yeah. Oh yeah. Kannst du nur mal etwas über die Enterprise erzählen? Ich. 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 Ich beobachte Enterprise. Ähm. Um ehrlich zu sein, Herr PK, studiere ich die Enterprise. seit mehreren Jahrzehnten. Und ich habe festgestellt. Oh, Karate. Alter. Karate Andi. Karate. Ey, wir haben den, äh, Explosionsfrosch. So. Ungeil, oder? Ja. Der gefällt mir. Und wenn ich... Du kannst ja auch mit einem Kreis spielen. Nee. Doch, kann ich. Dann kannst du dieses. Hübschiges. Nee, man. Den nehme ich. Oh mein Gott. Nimm nicht den Frosch, okay. Ich nehme doch nicht den Frosch, wenn ich habe ihn eh. Kann. Wieso guckst du mich so an? Guck mal, ich leute. Der guckt immer nach hinten. Oh, das ist paranoider Sack. Oh, Wahnsinn, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weiter geht's. Oh, meine Augen. Oh, das ist verwirrend. Oh Gott. Das ist verwirrend. Falscher Hase. Falscher Hase. Santa. Santa Maria. Santa Maria. Falscher Hase. Santa. Santa. Santa Maria. Ranger. Santa Maria. Das war auch sehr verwirrend. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand und ich geb dir meinen Venus. Das könnte ein Plan sein. Der könnte wirklich auch funktionieren. Ach so, ah, da. Feuerbömmel. Bömmel? Hast du grad echt Bömmel gesagt? Rüber mit dir. Okay, rüber mit dir. Ja. Und dann. Ah. Mensch, äh. Komm jetzt. Zack. Boing. Festhalten. Gut. Und jetzt stellst du dich auf den Knopf und dann komm ich hier oben raus. Und ich? Stell mich hier auf den Knopf, dann kommst du mit. Oh mein Gott, du hast recht. Also Herr Picard, das hätte ich so niemals in seiner Form erwartet. Ach so, ich bin. Mann. Mann. Was war denn das? Hallo. Hab dich bitte. Mit meinem Flugzeug. Na rein. Okay. Ich hab mich kurz kurz ins Kitzel. Wollt mich auch. Hier irgendwo gibt's nen geinen Hut. Den will ich nicht machen. Danke. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn ich diesmal diese Ehre habe dürfen. Wenn du findest, schnappen wir. Oh Gott. Ich hab ihn gefunden. Das ist nicht der Hut. Oh. Aber der steht mir gut. Oh. Scheiße. Ich hab nicht gewusst, wenn ich nicht so gucke. Das ist mir aufgefasst, ey. Das ist, glaub ich, der Nachteil. Entschuldigung. Ah, ich bin tot. Oh. Da ist er nochmal. Ja. Das wird jetzt ne Kunst. Der Hut daraus zu bekommen. Ah, warte. Wenn wir beide da sind. Genau. Wir gehen mal hier rüber. Okay, komm mal her. Komm mal zu mir. Hinter mir. Ich spring rein, schnappe ich mir. Und wenn ich sterbe, springt er kurz hoch. Komm, ich zeig's dir. Oh. Nicht lang genug. Zack. Da fliegt er. Ah, komm, wir können ihn. Ah, da zur Seite ist es gut. Findest du? Oh. Oh. Alter, wir haben sogar noch gar nichts. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh. 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 Ich will den Hut haben. Ich will dir ja dabei helfen. ich glaube jetzt ist er echt ein bisschen jetzt ist er glaube ich richtig leute wenn ihr eine idee habt wie wir den hut kriegen schreibt es in die kommentare wir haben zwar da ihre lücken aber das bringt doch auch nichts das spiel noch mal ein neuer anfangen dann kriegen wir den hut nicht das ist ja nicht gesagt ich habe raus es liegt eines an dir da liegt er sogar ganz gut um ehrlich so sachen weil da ist irgendwann eine lücke genau da am besten ist du stellst dich da drauf auf die plattform links und dann entscheidest du selbst ich weiß es noch nicht aber ich glaube wir müssen wieder zurück ich kann nichts machen so richtig naja mach du das wieder ich bin ich glaube du musst du selbst er hat die die Formeljahr und die immer sind für mich den hut das hat sich sehr setzte manche wenn wir vier rubine vier jams nur ich war schon bei so vielen jams gab fünf man war gar nicht so mies bei so vielen jams es war auf jeden fall sehr interessant über den hut bekommen haben und schön dass was aufgenommen haben wir nehmen darauf ja was ist da hinten irgendwas wo wir noch nicht okay dann gehen wir weiter ich komm zu dir ich komm zu dir nee lass das mal ane da können wir noch nicht hin oder nee da kommen wir noch nicht hin okay gut deswegen meinte ich komme mal zu dir dann komme ich zu dir tue dies hi my name ist ich glaube mit werfen ist es ganz gut festhalten nicht vergessen wenn du da an dem ding bist hältst du von dem block festhalten nicht vergessen wenn du an dem ding bist den block finde ich gut weil es sieht mir aus wie ein stein der hälfte ist er ja nicht der block ne ja das ging mir genauso ich habe ich aber nur schlafen gelegt bin ich gestorben ist wenn dies wenn es weg ist machen wir so wenn es weg ist ja jetzt musst du doch du egal ähm ach da unten ach ja nein irgendwie ich will das doch holen ich glaube das sind wir schon da hätten wir irgendwie von oben reingehen also wir kommen da irgendwie raus aus so sie sollten mir mehr explodieren zeigen auch aber war gut oder nicht was meinst du war gut war gut bitte ah wo das was da muss ich dich werfen warum stehe mich hier unten wie was du oben warst ich weiß nicht ich weiß nicht ob es so klug war aber wir haben zwei ähm Moment ich glaube da können wir schon einfacher regeln ok wir machen auf den Korbmodus wir machen zwar so wie es gemeint war oder gedacht war ja wir machen ich das was ist warte mal das oder gib mir mal eine helfe hand kann ich da rüber fliegen Blinkt nach nem Plan Blinkt nach nem Plan Blinkt nach nem Plan Blinkt nach nem Plan Ich wusste das schon immer Wo ist er denn? Hier bin ich Wir haben alle Jammys Du kannst es die ganze Nacht schaffen Ich wusste es, du schast es Das hab ich geahnt Eieieieieieieieieieieieieieieieieiei Schön Wird ein langsam kniffliger Wird immer kniffliger Wird immer knifflig Oh, dann gibt's nix Oh, okay Hm ähm kommst du bitte wieder hoch und fliegt wieder oben an das front ja 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 Hmmmm Aber was heißt, was du auch quasi da unten wirst du teleporter? Ah genau. Ah! Das ist fütig. Oh Gott. Oh Gott. Der Kabel. Das ist jetzt nicht mehr. Ach es auch. Und du kannst gleich in Zifti. Weil wir alles gekriegt haben. Hoffen wir jedenfalls. Ne, ne, das hat grün geblinkt. Ich weiß nicht. Wenn du alles mögliche kriegst, dann macht es immer so ein grünes Brrrr. Ah. Ein bisschen Bescheid. Das einzige, was halt nicht angezeigt wird, ist die Zeit. Wie gut wir da sind. Aber immerhin sind wir gut gelaunt. Wohl war. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir wieder genug? Nein. Spielen wir noch? Ja, komm mal. Eine, machen wir noch. Warum? Oh. Oh, jetzt hab ich nicht gesehen. Oh. Ja, du gingst mir gerade. Okay. Wir sehen. Mach mir einfach die Pupille. Wohl. Das stimmt. Klingt einfacher, ja. Klingt einfacher, ja. Genau. Ne, das war mir nicht zu ganz sicher. Oh. 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 Das ist echt nützlich. Oh. 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 Oh, jetzt nicht einmal. Außer der Dinger. Ja, ich schieße mal real. So war alles. So, Leute. Jetzt, wo wir das neue Zeitalter erreicht haben, trinke ich auch. Endlich mal meine Müsche auf. Meine Basti ist gerade an Knusper, Knusper, Knäuschen. Ich drücke mal auf Pause wie in der Zeit. Hast du diese Sache ein Level noch? Na, das heißt für mich ein Level, diese drei Abschnitte. Na gut. Oder willst du etwa die? Aufnahme ist schon beenden. Wenn ich auch mal für dich tun kann, dann sag es mir bitte. Ich überleg mich gerade. Hm. Gut überlegt. Weise Entscheidung. Ich möchte mich noch mal. Oh. Ach. Ja. Ich hab' das nicht. Es fährt der ganze Zeit, ich hab' nichts denn drüber. Da haben wir da manchmal das Ding wegweißen. Prozent den Meisterschaft da ist doch noch nie gestalten sie sehen auch Prozent Oh Meine Zylinder brechen ein Oh nein Hey du bist auch wieder da Das freut mich aber für dich Ja Was ist der Trick Ich habe es mir nicht zugeguckt Das soll einfach nur schnell sein Ah danke Das war glaube ich nicht schnell genug Ich habe es mir nicht zugeguckt Na du Wie geht es dir? Ich auch Siehst du? Perfekt Perfekt geklappt Das hätte ich nicht machen können Oh je 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 Ich habe es mir nicht zugeguckt Oh Darum ist was Darum die Wände sind nicht fest Achso damit die Ventilatoren ausmachen kannst Tja Wir haben das schon gelöst das Problem Mit Teamarbeit Intimarbeit Mit Teamarbeit So ich dachte Intimarbeit Mit Teamarbeit War Intimarbeit auch nicht Und dann Ja, ich war auch schon da Oh Ja Oh, danke Gern geschehen, Bro Ähm, ich hab's glaube ich kapiert Oh Äh Du willst auch, nehm ich an, Jo Hui Gut Lass dich nicht verarschen Lass dich nicht verarschen Ja 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 Soll ich jetzt so klappen, oder? Stimmt Gut Ah, du Klammeräffchen Das kommt von meiner Beleidigung, ja 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 Ähm Da ist er Ja Ähm, da ist er Das Boot Ja 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 Jetzt kommen wir aber erstmal her, dass wir da drüben das Boot holen Und was jetzt los? Ah, die Granat Du hast nebenbei irgendwas gemacht und nicht hingeguckt, das wollte ich genau sehen Ich weiß, ich hatte jetzt irgendwie so ein komisches Geräusch von links vorne Nein, ich habe nicht zu meinem Handy geguckt, mein Handy liegt vor mir. Scheiße, da piss ich halt im Sitzen. Das nenne ich den Tod. Schiebst du mich an? Hey, Lillys, schiebst du mich an? Das wäre voll schön. Weißt du, da können wir voll auf Reisen gehen. Ich wollte den Hut. Ja, dann nehmen wir den Anruf. Sorry, Mann. Normalerweise feiern geht das nicht. Ich glaube, der Hut muss auch mit rein. Ich bin dabei. So, das waren die drei Level. Und ordentlich cool abgesahnt. Das war schön. Wie wäre es mit einer wunderbaren Abmoderation? Man spricht ihn mit vollem Mund. Das ist unhöflich. Es tut mir leid, dies zu tun. Aber wie wäre es mit einer wundervollen Abmoderation? Nächste Runde ist der Boss dran. So viel kann ich da zu sagen. Bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder artikuliert wird mit den Worten... Tschüss. Und bis dennne. Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, bis dann dann und so. Tschüss. Tschüss.